. Es war sehr laut hier, für sicherlich. Kredit an den Galatasaray-Fanern, sie waren nicht aufhörig. Jetzt habe ich meine Hörer zurückgekommen. Ich glaube, so laut in dem Stadion habe ich noch nie gespielt. Aber es war cool. Es ist schwer, dann jede Aktion, die sie gut machen oder jede Zweikampf zu gewinnen. Die Fans drehen durch. Es war sehr laut, sehr aggressive Stimmung auch gegen uns. Und da haben wir uns in der ersten Halbzeit auch wirklich schwergetan gegen das aggressive Pressing von Galatasaray. Ja, ich denke, es ist schwierig. Aber das ist das Teil von der Champions League zu spielen. Man muss das übernehmen. Ich denke, wir waren alle in der ersten Halbzeit nicht gut genug auf dem Ball. Wir hatten gute Möglichkeiten auf der Counterattack. Wir haben einfach nur die Final Pass gewonnen. Wir haben ein bisschen Rhythmus verloren. Ich denke, wir wissen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht so gut spielen. Aber in der zweiten Halbzeit, wir waren ein bisschen mehr calm. Wir waren besser auf dem Ball. Und dann haben wir unsere Chancen, wenn sie kamen. Und im Endeffekt war es eine wirklich gute Fichte. Und dann haben wir unsere Chancen genutzt am Ende. Was wichtig ist. Nicht jeder Sieg wird ein schöner Sieg sein. Aber jetzt, die drei Punkte sind wichtig. Und dann gehen wir für den nächsten Schritt, nächstes Spiel. Just take the momentum. We're winning games at the moment, which is really important. So, yeah, they're coming thick and fast. But I enjoy that. You know, the team enjoy that. It gets us into a good rhythm. So back home in front of our home fans will be great. And yeah, hopefully we can get another three points. So let's go. So.